Willkommen liebe Zuschauer, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Mein Name ist Wolf Fuss und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Heute spricht alles für eine hochinteressante Partie. Könnte ein Riesenspiel werden. Interessante Partie, Wolf. Wir freuen uns drauf und ich bin sicher, Sie zu Hause auch. Das ist die heutige Aufstellung der Gastgeber in diesem Spiel. Und nun ein Schuss. Luis Alberto. Tor durch Immobile. Klasse gemacht, das ist überragend. Lässt sich nicht stoppen, nicht beirren. Drin ist der Ball. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Machen Sie gut. Geduldiger Spielaufbau. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Jetzt hat er den Ball. Oh, Unmut bei den Fans. Kein Elfmeter. Enge Entscheidung. Könnte jetzt was werden. Ist es das jetzt? Sie bekommen den Einwurf jetzt. Josip Misic. Und jetzt die Chance. Drehen ist er. Ausgleich. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Gwendozy. Kann klären. Aufkosten dieses Einwurfs. Gwendozy. Immobile. Die Fans ahnen, das ist vielleicht die Chance. Matteo Gwendozy. Ist es das? Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Nicht. Das ist abseits. Der Ballverlust. Guter Angriff jetzt. Sie kommen. Sie wirken da sehr druckvoll. Abwehr muss aufpassen. Ist das das Tor? Tolles Spiel. Auch das wieder. Ein richtig schönes Tor. Sie holen sich die Führung zurück. Jetzt steht es hier 2 zu 1. Eine enge Kiste. Maruzic. Ball ist bei Nicolo Rovella. Ball bei Philippe Andersson. Das ist Nicolo Rovella. Ein Tor nach dem anderen. Doppelschlag jetzt. Was ist das hier für eine Begegnung? 3.1 heißt es also jetzt. Josip Mischic. Oh, das könnte was werden. Tor, drin ist er. Anschlusstreffer und wer dachte, das Ding hier ist schon durch, der hat sich getäuscht. Sie sind fast wieder drin in diesem Spiel. Und das ist der Pausenpfiff in diesem Spiel. Vor der Pause haben wir eine gute Leistung gesehen, oder Buschi? Macht da vorne ein gutes Spiel, aber die Mannschaft schwächelt und deshalb liegen sie im Moment hin. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Gefährlich. Ja, war wichtig, dass er da zur Stelle ist. Jetzt dieser Ball gewinnt. Der Schuss. Stark vom Torhüter. Die Ecke kommt. Er spielt den Ball raus. Gut verteidigt. Da können sie kontern. Da, der Konter. Ist es das jetzt? Weiter gefährlich nach dieser Parade. Wichtige Aktion. Ja, das wäre der Ausgleich gewesen, aber wir haben es gesehen. Glanzparade. Aber wenn das so weiter geht, dauert es nicht mehr lange, dann fällt das Tor. Sie wollen den Ausgleich. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Ja, da ist Platz jetzt. Wichtiges Tackling hier. Immobile. Da ist Platz für den Konter. Immobile. Luis Alberto mit dem Ball. Stefan Ristowski. Balleroberung. Oh, wella. Gleich ist hier Schluss in diesem Spiel. Wenn sich nichts mehr tut, dann hätten sich die Gastgeber einen knappen Sieg geholt. Es sieht aus meiner Sicht sehr gut aus. Sie wirken stark, wirken zuversichtlich. Ein Torführung ist jetzt nicht die Welt. Also ist noch nicht wirklich beruhigend. Aber ganz kurz, denn das könnte es sein. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Knapper Rückstand und es wird immer enger. Das ist vielleicht jetzt schon der letzte Angriff. Ja, mit viel Übersicht. Ja, mit viel Übersicht. Gehalten. Schaffen Sie noch den Ausgleich. Sie bekommen noch eine Ecke. Wir sehen es. Beide Mannschaften wechseln. Ecke in die Mitte. Gehalten, aber weiter aufpassen. Das muss ein Elfmeter sein. Das soll jetzt der Ausgleich werden. Diesen Elfmeter lassen Sie sich nicht nehmen. Da kommt noch. Kein Sieger nach 90 Minuten. Unentschieden.